Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Weiter geht's! Aber erstmal werde ich hier ein paar Waffen aufrüsten. Aber erstmal werde ich meine Waffen mal wieder ein bisschen ausmisten. Doppelte müssen raus. Doppelte müssen raus. So, waren das jetzt alle Doppelten? Ja. Würde ich mal sagen. Ja, das war's. Ja, das war's. Gut, dass ich jetzt viele Typen funkel, die der nicht gekriegt hatte. Ich bräuchte 6 Ziele in den Schuppen. Aschen 1. Das ist was nicht. So, eine weitere Waffe auf die fast höchste Stufe. So, ich bräuchte 5 Funkeltinanit noch. Also, das und diese eine Waffe ist noch zu erhöhen. Und die auch noch. Hä, die auch noch. Ich bräuchte 10 Funkeltinanit und 20 Titanitschuppen. Also, wenn ich das richtig... Moment mal, nicht 10. Ich bräuchte insgesamt 16 Funkeltinanit. Minus 2. 14. Nein, minus 3. 13. So ist das. So ist das. Wegen dem Netzwerk ist das irgendwie ganz komisch. Kann sich einfach nicht verbinden. Und das ist nur bei Dark Souls 3 so. Andere Spiele? Kein Problem. Dark Souls 3? Nope. Gehalteter Ehlstein. Ne Glut. Ne weitere Glut. Schnell durch. Backstep. Hier wird nicht mit Bomben geworfen. ein Dolch. Oh, Titanitschuppe. Gehaltbarung. Spiele, 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 Spiele. Okay. Nein! Danke für die drei Tänin-Schuppen! Wie der Typ da unten nervt jetzt? Wie der Typ da unten nervt! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wieso hast du gerannt? Ich habe doch gerade nicht kreisgedrückt gehalten. War nicht das eingeklemmt? Oder was? Hm, der Großhaber des Altkönigs. Eine recht schwere Waffe. Eine wirklich schwere Waffe. Okay. 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 Ich muss sagen, dieser Ritter ist... Mein Nemesis. An dem vorbeizukommen ist nicht einfach. Okay. 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 Backstab. 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 Uhuhu. Uhuhu. Gut, dass ein Schlag gereicht hat. Weitere Glut. Lack. Backstab. Das wird da unten geschickt. Nicht hier denn die Schuppe. Yay. Kann ich gut gebrauchen. Gut, dass ich da noch nicht runter muss. Denn da kommt noch ein Ring hin. Aber erst in Nugame++. Heißt jetzt noch nicht. Da oben muss ich nicht hin. Da ist nichts Interessantes. Das war daneben. Na, trifft es? Oh, ja, es trifft. Zwei weitere Gluten. Eine Seele eines Meisters. Das verbitte ich mir. Finstersteinplattenring plus eins. Stimmt ja, der war da auch. Ja, der war da auch. Ja, herrsbichtbü antid терри im Ende. Das ist ein Zell. Das ist ein Zell. Komper hier. Entste northern, jetzt bin ich. bat ab. Die Waffe macht gut Schaden An ihm Au Heilung 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 Na? Haha! Awa! Au Heilung bitte Au 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 Heilung bitte Jetzt geht er nochmal ganz wild Besiegt Da wurde er nochmal ganz wild Die Waffe hat aber ganz gut Schaden gemacht Was gut ist Die Seele brauche ich glaube ich nicht Das gibt nur eine Ein Schild Und das brauche ich nicht Ich bin mit dem Schild was ich habe Sehr zufrieden Weil das andere Schild ist verdammt Schwer Ich bin mit dem Schild Erstmal kaufe ich ein paar von denen Ach ja ich habe gerade wieder ein paar Waffen Doppelt Doppelt Für die, be careful. Ashen-1 So, Waffe verstärken. Eine ist da ja noch. Von denen hier. Wo ich denn noch zwei? Und dann hätte ich schon mal die Titanit-Schuppen-Waffen durch. Die Waffe war auf jeden Fall gut gegen die Drachentöterrüstung. Wuhu, die hat ganz gut Schaden gemacht. So, wieder ein bisschen Waffen sortieren. So, wieder ein bisschen Waffen. Noch irgendwelche anderen Sachen doppelt inzwischen. Ich glaube nicht. So durchwirken. Ich habe einen Gealterten. Inzwischen. Wie ist das? Wie ist das? So, zwei gealtete Zestusse. Ich habe ja noch die ganzen Kohlen, die kann ich ja auch noch geben. Mach ich die blutig? Ja. Macht ja irgendwie Sinn. So, den habe ich jetzt mal plündern geschickt. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.